Was sind eigentlich die meistverkauftesten Games für die Nintendo Switch? Die Konsole selber wurde bereits knapp 119 Millionen Mal verkauft. Da kann man sich die Frage langsam aber sicher mal stellen. Fangen wir mit Platz 5 an. Und das ist meiner Meinung nach wirklich sehr überraschend. Denn knapp mit 25 Millionen Verkäufen ist es Pokémon Schwert und Schild. Auf Platz 4 eines der beliebtesten Games der Nintendo Switch mit 29 Millionen Verkäufen. Zelda B.O.T.W. Auf Platz 3 ist das einzig wahre Kampffspiel vorzufinden. Super Smash Bros. Ultimate. Mit fast 31 Millionen Verkäufen. Das 31er Spiel. Platz 2 ist wirklich sehr gruselig, da es gerade released worden ist, als Corona ausbrach. Was sich mit 42 Millionen verkauften Einheiten eindeutig auf die Verkaufszahlen ausgewirkt hat. Animal Crossing New Horizons. Platz 1 hat sich unglaubliche 52 Millionen Mal verkauft. Aber bevor ich es auflöse, kommentiert jetzt eure Vermutung. Das meistverkaufteste Spiel ist... Meine Freundin Pepper Woods. Nein, Spaß beiseite. Mario Kart 8 Deluxe. Like und abonniere für mehr.